Tiefkelenberger, ich strecke mir noch mal die Fans, die eigenen hier gesehen. Es ist umso härter und so 10, so 10 geht. Trotzdem, was ist vielleicht jetzt noch auf das Spiel zurück? Das 2-3-2 war auch eine Entscheidung. Was hat dort nicht mehr funktionieren, was vielleicht vorher funktionieren konnte? Ja, wir sind relativ solide gestanden. Aber ja, wir hatten 5 schlechte Minuten. Und ja, dort schiessen sie 2 Goal. Dort haben wir den Fokus verloren. Dort haben sie viel mehr vom Spiel gehabt. Da hätte vielleicht noch 1 Goal mehr können. Ja, und dann sind sie relativ solide gestanden. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, um gefährlich zu werden. Ja, und ohne Goal kann man einfach nicht gewinnen. Am Ende ist es sicher schwierig, oder? Irgendwie aus etwas Positives rauszunehmen. Trotzdem, irgendwann, wenn man die Saison sieht, die Fans und alles sieht. Was gibt es für ein Gefühl, trotz Niederlage? Ja, im Moment ist es schwer. Aber eben, die Fans machen es ein bisschen leichter. Ja, wenn man das sieht, das ist nicht selbstverständlich. Ja, ein riesen Dankeschön mal, wegen dem, was sie heute geboten haben. Ja, es ist schwer, schwer zu sagen. Danke. Danke, danke. Danke. Danke.